Go Basta! Sandy findet was, das war versteckt, vergraben im Sand, ein rotes Dreieck. Super Sandy, was hast du noch gefunden? Sieht aus wie ein Kreis, der ist gelb und rund. Wir haben sehr viel Spaß hier am Strand, du weißt nie, was man finden kann beim Burdeln im Sand. Sieht aus, als steckte noch eine Form da, diesmal ist es ein blaues Quadrat. Wir haben sehr viel Spaß hier am Strand, du weißt nie, was man finden kann beim Burdeln im Sand. So viele Formen vergraben im Sand, Basta und Digger haben jetzt noch einen Plan. Basta und Digger, sie bauen jetzt einen Formen-Turm, wo dann Sandy sitzt. Basta und Digger, hören nicht auf, bis der Turm steht mit der Sandy drauf. Wir haben sehr viel Spaß hier am Strand, du weißt nie, was man finden kann beim Burdeln im Sand. Basta und Digger, 뭔tritt? Digger. Ha, 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 ha.